Ja, das ist eine Platzwunde bei Marco Hiller. Ich denke erst, ich kann nicht spielen, aber es ist ein Derby und da will ich weiterspielen und ich habe gemerkt, es geht und da muss ich auch vorangehen für die Mannschaft. Er sieht aus wie aus dem Krieg, aber der spielt weiter. Hm, ich würde sagen, viele Fußballer sind recht eitel. Das habe ich auch schon oft gehört, aber würde ich jetzt nicht bestätigen. Na, wenn der Kemaldi. Der darf keins für mich machen. Jetzt reicht es. Von Dida. Da waren wir in Italien damals mit den Eltern. Und das war glaube ich zu der Zeit, als wir noch die Champions League gewonnen haben. Fand ich ihn cool und dann habe ich das bekommen. Eigentlich nicht viel wenn für Essen. Essen kaufen, weil ich esse so viel, wird es teuer immer. Anscheinend, wenn man älter wird, setzt das irgendwann doch an. Was ist das denn? Welche Weltreise? Also Asien möchte ich machen, Amerika war ich auch noch nie. Also das volle Programm. Ich würde sagen, beim Aufstieg, als wir dann nach dem Spiel in der All noch mit den Fans zusammen getrunken haben. Dann in Malle haben wir auch viele getroffen. Da sind dann schon ein paar lustige Geschichten beim Feiern entstanden. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.